Und Sie sagen, das war alles. Und Sie sagen, das war nicht genug. Und Sie sagen, das reicht nicht, wenn Sie fordern Qualifikationen. Und wenn die Luft oben dünn wird, rennt Sie unten schon. Robert war beim Fernsehen. Robert spielt in einer Emo-Band. Robert hat gepellert und nur sechs Silvester studiert. Robert hat über Postbordismus den Wandel der Jahre promobiert. Und Sie sagen, dass da doch noch was kommen muss. Und Sie sagen, das ist doch, das ist doch noch lange nicht los. Robert, willst du mit mir gehen? 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 Robert, Robert kennt alle Jugendnoten von seiner Zeit. Robert ist für jeden Job bereit. Denn Robert, 32, hat seine besten Jahre nur mit dem Wesentlichen verbracht. Robert, Robert. Robert ist für jeden Tag. Robert ist für jeden Tag. Robert ist für jeden Tag. Und wenn die Luft oben ausdünnt, sind unten schon die Gründe verteilt. Und Sie sagen, das war alles. Und Sie sagen, bis zum nächsten Mal. Schon seit Jahren. Bis zum nächsten Mal. Schon seit Jahren. Bis zum nächsten Mal. Robert, willst du mit mir gehen? Robert, willst du mit mir gehen? Robert, willst du mit mir gehen? Woher willst du mit mir gehen?